wir haben unsere sonne zurück können wieder mehr sehen weil wie weit wir schon sind eins kriegen wir auf jeden fall noch hin naja jetzt sind wir an dem punkt angelangt und 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 wo wir keine steine mehr haben also keine steinvorräte mehr haben wir können sie nicht so schnell die steinvorräte die steinvorräte die steinvorräte die steinvorräte die steinvorräte die steine Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lass sie einfach dann unsere Auffüller dort graben. Da gibt es nämlich erstmal wieder mehr Steine. Aber erst, wenn sie damit auffüllen, fertig sind. Ja Gott, wir haben immer noch die fünf Ebenen. Weil ja da hier noch eine halbe sechste Ebene ist. Wie viele haben wir eigentlich insgesamt immer? Neun. Also ja, maximal neun. Das Zeug oben drauf nicht mitgerechnet. Also das Gras und die Erde. Der Dreck. Naja, ich bin schon mal froh, dass wir die beiden Täler links und rechts gefüllt haben. Zu einer Ebene. Und dass auch die Höhe, wie ich sie ausgerechnet habe, aufgegangen ist. Yay. Okay. 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 Ja, du darfst die Steine hier einsammeln. Du hast geschludert, also sammelst du auch die Steine ein. Böse, 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 Böse. Naja, schade, dass ich nicht die Anzahl höher machen kann als 8. Nur bitte alle wieder beim Fletten noch mal arbeiten. Also ja, das wird eine Weile dauern. Da legt's mal wieder ein bisschen. Gut. Und da gibt es hier mal einen kleinen Cut hier. Also, bis gleich.